Herzlich Willkommen zu Korridisieren Ja hier sind wir jetzt lang genug gedauert sind genug Leute da ich komme hier nicht raus Jeder hat sein Grundstück zugewiesen bekommen und es kann losgehen Hallihallo liebe Leute willkommen zu einem neuen Projekt neue Folge neues Glück Dies ist ein Minecraft Großprojekt was heißt groß 15 Leute sag ich mal 13 ich bin mir jetzt gerade nicht sicher aber ich glaube 13 müssten es sein und das alles hat der Voto aufgebaut und wir haben hier ein Grundstück das vorerst zu groß bleibt also da hinten ist noch mal ein Zaun also so groß ist mein Grundstück gerade also im Prinzip eine kleine Insel und ja was soll ich sagen es ist dunkel und ja ich sehe ich habe natürlich das ganze Ding schon ein bisschen abkundet und hat auf eine Fackel gesetzt wir haben Äpfel bekommen und ein White Backpack wo Äpfel drin sind Setzlinge ein bisschen Bone Meal oder ja Bones und ein World Domination Open Blocks und ein World Domination Open Blocks Wow 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 Alles klar Alles klar Alles klar Wir fassen uns später damit Ich würde sagen wir verziehen uns mal reinwärts Ich hoffe mal dass ich reinkomme Weil hier laufen viele bunte Viecher rum Da 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 kommt schon der erste Gehe mal schön weg hier du Es geht gar nicht Und da hier gehts rein Und zack 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 Hop 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 Und da 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 sind wir Was Hier hier steht gar nix Ja klar Aber ihr müsst euch das Räume nicht vorstellen Hier gehen fangen wir an Darum ist hier die Fackel, weil ich hier drin Kohle gefunden habe, aber naja, oh, ich sollte mal was essen. Das Problem ist, ich habe so gut wie keine Bäume. Ich habe Bäume, nicht mal ganz, ist mir so reich. Und ich muss irgendwie da hochkommen. Gucken ob noch. Bist du auch doof? Oh, scheiße. Ich weiß, sagt man nicht, aber es ist gerade dunkel und ich habe kein Bett. Hier, GG, würde ich mal sagen. Komm, lass mich Glück haben, war die auch normal bei Nacht. Also, ich meine, ihr seht ja nicht viel, oder? Also nicht viel mehr wie ich. Aber das ist, boah. Ah, es wird langsam hell. Wo war die Stelle, ich glaube gerade hier war die Stelle. So, Moment. Moment. So. Nee. Nee. Nee, 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 nee. So, an einer anderen Stelle. Ah, das ist irgendwie da drüben. So. 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 Hier. So. 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 ohr Ah, da ist Kohle! Ich sehe Kohle aber ich brachte, boah. Da sind Bäume, oh gehts! Wir haben keine Wahl, wir müssen die alle platt machen und. Erstmal Werkzeug und alles herrichten. Und, ich sehe schon Erdeabtrag, also brauchen wir eine Eisenschaufel. Ich muss erstmal gucken, wie das mit dem Modpack läuft, weil ich bin's gewohnt Modpacks auf 1.7.10 zu spielen oder so, also schon etwas ältere. Ui, ich hab einen Megabaum, cool. Den hängt ihn auf. Mit dem Megabaum, muss mal gucken, ob das so eine ist, aber ich und der, wo das Projekt geleitet, wir hatten mal ein lustiges Projekt, das ist mega, da waren richtige Megabäume. Also, die waren so fett wie die Insel hier. Da hab ich mich mal reingebaut und er hat sich dann, äh, hat es in, beziehungsweise in Brand gesteckt. Hm. Naja. Boah, es sind da viele an. So, ähm, nicht mit Holz, da. Einmal durch. So, einmal wirkt, dann kann man die gleiche Werte. Ne, alles klar, Standard. Okay. Machen wir gleich da vorne welche. Dann können wir, hm, Hals brauchen wir bestimmt viel am Anfang. Lass mich mal überlegen. Eigentlich haben wir das gerade so schön. Könnten gerade. Machen wir mal eine Axt. Scheiße. Ups, sagt man nicht. So, ähm, hm, 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 hm. Ebenmal. Boah, hier endet das Grundstück schon wieder. Alter, das ist ja... Das ist ja minimalistisch. Hier buddeln wir uns rein. Eins, zwei. Einen Stein noch, dann haben wir schon mal das nächste. Lass mal hier rein. Jawohl, passt. Ich dachte gerade schon, wir sind durch. Passt das hier so? Ja, hier passt das so. Wird gerade wieder ein bisschen, aber... So, naja, naja, ihr wisst ja wie das ist. Nö. Auf jeden Fall. Wollen wir uns jetzt mal kurz rein, bis die Spitze kaputt ist. Ah, hier, so. Dann machen wir das hier so. Dann machen wir das nochmal wieder. No. Das wird irgendwie, irgendwie müssen wir hier was machen. Es gibt gar nicht. Dann noch mal die Stein wieder aus, da. Dann... 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 Wir machen mal eine Truhe. Dann machen wir die Hälfte. Dann machen wir mal da hin. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das bleibt, so, eine davon, äh, ah shit, boah Wie mies, hat man ja heute schon zerritten, oah, man, 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 das gibts da nicht, so blöd zum Scheiben, naja Ich trau den Beraten nicht, wie er sagt, da wird was für Moves, da muss man aufpassen, ne, Sticks brauche ich Die noch nicht, die noch nicht, so, wir haben jetzt, ja, hier haben wir das, ja, Kohle, 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 Kohle Ich müsste es manchmal irgendwie schicken, weil da, guck, darum habe ich auch Sticks mitgenommen, da sehe ich ja bestimmt gar nix Das pumpen wir aber auch noch auf, indem ich dann meinen Shader und alles reinhau, oh, Kohle, Kohle, Kohle Noch mehr Kohle und noch mehr Kohle, kohl, oh, geil, Kohle ist so, ich ziehe sie einmal hoch nur aufpassen dass es nicht zu lang wird ich sehe es auch schon nicht mehr immer schön hoch ach da sind wir schon oben kohlblock lol lol kohlblock kohl 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 kohle dann würde ich ja was anderes. Sollte ich mir ja nach oben graben, aber irgendwie hat mich die Kohle nach unten verleitet. So rein. So, ich will weiter hoch. Kann nur noch da hier oben sein, bevor die Zeit oben ist. Ich will es noch schaffen, ich will es noch da oben schaffen. Oh, da ist dort, da ist dort. Geht heiss da ist, ja, hey, geht heiss. Oh, da ist scissors. Oh, da ist die G. Ja, we got it, we got it, we got it, aha. Ja, wir haben es leider, und das hier, ist das noch auf mein Grundstück? Ja, 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 würd' mal sagen, ja, was so mickrig hier, aber naja, für mich reicht's, wir werden hier viel rausholen. Na ja, Leute, oh, 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 hier oben, hier ist unser neuer Eingang, hier zur Ölle, hier schaffen das, hm, lasst euch überraschen, ich hab da alles gedacht, und das wird wunderschön, was wir hier planen, hö, hö, in mein Kopf, mal da hinten Saun, alter, was geht denn da, also echt, macht's gut, winke, 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 Ups, nicht mit der Axt, nee, winke, 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 ciao, ciao, Leute, macht's gut.